Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK Survival E-Wolf mit dem Seppi und mit mir dem Yugi und... Ah, mein Schatzi, du hast immer gesagt, du würdest nichts lesen und du hast anscheinend doch das Buch der Tantranischen ARK Survival gelesen. Du warst so gut letzte Nacht. Ich liebe dich. Ja, ich... Ich habe mein Beste gegeben. Küsschen. Küsschen. Tür auf. Du bist so stark. Du bist so stark. Ja, extra für dich. Reißt einfach die Tore ein. Die Wände. Ach, wunderbar. Ich liebe dich dafür. Wir müssen weiter bauen. Bau für mich, mein Schatz. Ich habe dir gesagt, du sollst zubleiben, aufbleiben. Ah, scheiße. Was habe ich dir gesagt? Männer, hör nie zu. Nie. So. Halt du dich selber, Mann. Nein, ich bin kein Mann. Nein, ich bin kein Mann. So, ähm, was müssen wir bauen? Äh, oh, natürlich noch. Was ist denn mit unserem gammeligen Fleisch hier? Kann ich schon irgendwas basteln? Sowas wie... Meine Drogen sind weg. Wer hat meine Drogen geklaut? Was für Drogen, Chassis? Äh, ich muss Beeren sammeln gehen, mein Süßer. Dann sammeln. Ich muss... Äh, kannst du Kiste bauen? Äh, Moment. Kann ich eine Kiste bauen? Ja. Kannst du bauen und alles, Ressourcen in diese Kiste reinmachen? Dann vielleicht kannst du, kann wir zusammen sammeln. Ja. Äh, nein. Haller, wieso drücken ich den Tab ganze Zeit? So. Ich weiß auch nicht, wieso. Hier, mein Süßer. Mein Engelchen. Ich stelle hier was hin. So. Mhm. Mhm. Es ist eine wunderschöne Nacht. Und ich sammle für meinen Süßen. Ja. So. Jetzt habe ich das Gefühl, es gibt hier, äh, viel mehr Narko-Bären als auf allen anderen Servern, in denen, auf denen ich bisher war. Und ich war wenigstens nur auf drei. Also. Oder zwei. Oder vier. Vielleicht. Ah, was brauche ich am meisten? Mhm. Ah, ja, Stroh brauche ich. Aber das ist aber gut mit diesen Narko-Bären. Weil, ach guck mal, schon elf Stück gesammelt nach 30 Sekunden. Und mal brauchen wir eine halbe Stunde dafür. Ja, okay, keine halbe Stunde, aber länger. Ja. Alter. Ich heiße, gibt es irgendwelche Bugs? Ich fliege immer runter, Schatzi. Wo fällst du denn hin? Dann pass doch auf, wo du hinlatscht. Ja. Vielleicht irgendwann auf dich. Ja, gut. Du, 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 du. Jetzt Level 9, oder? Was habe ich erlernt? Was brauchen wir noch? Ähm. Brauche ich alles gar nicht erstmal. Ich brauche erstmal gar nichts lernen. Fiumia-Sattel. So. Achno. Was für Schande. Ich stehe im Dunkeln. Denkst du, ich nicht? Ah, jetzt. Die macht voll die lustigen Geräusche. Also das erste Mal ich eine Frau spiele hier. Ich? Mhm. Hast du schon mal eine Frau gespielt? Ja. Also jetzt nicht in deinem reellen Leben, sondern hier. Da weiß ich, dass du eine Frau spielst zwischendurch. Ha, ha, ha. Sehr lichtig. Ich ziehe im Sommer immer kurze Hosen an. Und du, Röcke, oder? Nein. Hose. Immer lange Hose. Hoserock. Ja, genau. Hoserock. Ab wann gibt es Hosenrocken? Es gibt auch Hosenröcke. Bist du sicher? Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Es gibt auch Hosenröcke für Männer. Okay. Oh, ich bin jetzt gleich total voll. Da mach was nicht in diese Kiste. Äh, ich hab irgendwie die Orientierung verloren. Ah, doch nicht. Wie es bei so Frauen manchmal ist, ich kann nichts dafür. Man verliert die Orientierung. Äh, ja. Insexten, glaub ich auch. Nee, da weiß ich immer, wo's lang geht. Sächer? Nein, Hans, da brauchst du keine Angst haben, Schatz. Ich glaube, da muss jemand dich führen. Da, äh, verliere ich nicht die Orientierung. Ich glaube, da muss jemand dir zeigen, wie das richtig läuft. Hab so Gefühl. So richtig hart. Ich mag's hart und brutal. Ach so, ich wollte da, äh, Dingens machen. Wo hab ich denn hier? So. Oh, nicht abreißen. Nein. Ich wollte doch nur da. Mörser und Stöße. E-halten für Optionen. Wieso abreißen? Strohboden. Nein. Kräftes mit. Äh. Nicht so doof. Ach so, ja, ich glaub so geht's besser. Ja, das ist besser. Neununddreißig gesammelt. Äh, cool. Wieso draußen ist eine Kiste? Die ist noch von der letzten Folge. Das ist unsere allererste Kiste mit deinem allerersten Pupsi drin. An zwei Stellen, sechs Stück. Aha. Äh, die Pupsi ist schon weg, gell? Mhm. Ganz so danke. Kann man Drogen machen? Dü, 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 dü. Klopf, klopf, klopf. Ich glaube, das reicht momentan. So. Hm, 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 hm. Ah. Wir sind erst Level 9. Wir müssen viel, viel schneller, äh, leveln. Sollen wir mal wahllos irgendwas töten? Äh, kannst du, ja, kannst du. Du hast gesagt, du können wir uns nicht umjagen. Ich brauche Leder. Hier, Leder ist, warte mal. 15 Leder ist in der Kiste. Warte, tu ich rein. Hier jetzt in dieser Kiste, 15 Leder. Aber ich brauche, äh, warte, 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 wo ist das? Da. Hier ist noch Holz. Ich brauche, äh, ich brauche, äh, 80 Leder. Warte mal. 15. Ich glaube, ich muss noch ein Tier töten. Weil ich habe dabei, wie viel habe ich dabei? Ah, schau, 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 schau. Ne, pass, 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 pass. Leder musst du brauchen, wir haben hier genug. So. Ich mache schnell oben zu. Dann gleich machen wir für uns ein Bettchen. Schatzi. Ja, ein sehr, sehr, aber ein weiches Bettchen, ja. Ganz hartes Bett. Das kann dich ja richtig rein. Was brauche ich? Ah, brauche ich noch Stroh. Warte mal, für zwei, was brauche ich für zwei? Ja, genau, wieso liegt, warum liegt da eigentlich Stroh und warum trägst du eine Maske? Äh, ich brauche noch Holz und Stroh, okay. Du hast doch schon die grüne Augen. Ja. Ich habe mich verliebt. Du musst auf jeden Fall ein Klo bauen. Wasser brauche ich nicht. Du scheißt mir hier wieder die ganze Bude voll. Guck, hier. Da ist die. Ich meine, das erste Archen, das war ja okay, das war ja auch ganz süß und lieb von dir, aber scheiß mir hier nicht alles voll, Baby. Nicht alles voll, Kackon. Nächste Kacka hier rein. Aber hier sind auch noch 27 Steine. Da sind auch noch fünf Leder. Das packe ich mal nach innen rein. Ich roll mal hier auf. Nee, da brauche ich noch. Wo ist Holz? Holz? Da ist Holz. Holzi. Haben ich Holzi gefunden. Holzi, Holzina. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jagen gehen. Oh Gott, ich verhungere gleich wieder. Gibt es denn hier was zu futtern? Ich habe echt nichts mehr zu füttern. Oh, ich muss... Du musst so Bären sammeln. Ja, muss ich Bären sammeln. Hier sind ja welche. Ich hole mal ein paar Bären. Damit stopfe ich mit dem Balken voll. Naja. Und die macht immer... Wie viel brauche ich noch? Für ein Bett habe ich. Für zwei. Nee, sogar für zwei habe ich. Lol. Lol, lol, lol. Nahrung. Hab ich jetzt genug gefressen? Genau. Ich kann ja auch während des Gens essen, oder? So machen wir das heutzutage. Welches Level bist du? Dich will ich haben. Mit dir kann man super Bären sammeln. Achso. Wir brauchen noch Pfeile und so weiter. Oh, der ist aber groß. Oh, der ist unser Futter. Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht den Großen. Äh. So und so. Okay. So. So. Ähm. Ja, gut. Ich habe ja fast nichts gegessen. Wie lahm. Äh. Feuerstelle? Ich muss auch noch ein Feuer machen, ne? Äh. Scheiße. Hier war doch ein Feuer. War das Feuer? Ich weiß nicht. Ha? Ich habe kein Holz. Ja? Ich habe meine Freigählchen. Mhm. Frag. Trau dich. Heute habe ich einen guten Tag. Du darfst mich fragen, was du willst. Kannst du dich ausziehen? Könnte ich. Nein, 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 nein. Das wäre zu viel Zuschauer. Äh. 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 Komm mal kurz. Okay. Bitschata. Soll ich hier auch so ein Türfenster reinmachen? Fenster. Welchen Teil von Fenster hast du nicht verstanden? Hä? Schatzi? F. Aber gibt's kein Fenster, gell? Du warst so gut. Ich will nochmal. Bitte. Bitte, komm. Nee, später, 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 später. Oh, komisch. Hm. Hm. Guck ihn dir an. Aber ohne Scheiße. Gibt's echt kein Fenster, gell? Hm. Das finde ich schade. Hä? Ist das kein Fenster? Äh, äh. Äh, äh. Äh, hast du noch nie ein Fenster gebaut? Nein. Äh, äh. Doch, da gibt's ein Fenster. Ja, gibt's. Aber erst ab Holz. Ab Holz erst? Ja, erst ab Holz. Wenn du, wenn du, wenn du Holz um, ab Level 20. Was? Dann wär's sofort Level 20. So. Ich mach mein Fenster. Hm. Ah, ja. Hm. Die jammert schon wieder. Also, ich muss, das heißt, ich muss momentan das zubauen, Schatzi. Ach, ja, okay. Na gut. Ich füge mich deinem Willen. Hm? Äh? Naja. Hm. Naja. Hm. So. Hm. Was ist jetzt los? Das macht die immer, wenn die Hunger hat. Dann macht die Hunger. Also. Ich denke, was ist mit dir jetzt schief? Ich fühle mich so. Ha, wow. So, jetzt habe ich zugemach. Jetzt wäre er... Guck mal, wie die Bären sind. Do, 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 do. Das ist nix. Oh mein Schatzi. Bleib mal, dreh dich mal zu mir Ich weiß noch, wie ich darf Komm, ich knabber dich Ich knabber dich Okay, das ist ein bisschen pervers, okay Oh, ich knabber, jetzt geht es nicht mehr mit knabbern Ich brauche mehr Bären Mehr Bären Mehr Bären gibt es ja auch So Bären, die mehr Bären heißen Ja, Bären, welche heißen mehr Bären Wo ist Logik? Wo ist Logik? Ja, genau, wo ist Logik Wo ist Logik? Ich habe drei von diesen komischen Ehhhh Was soll ich damit Transferieren? Ne Drei Brillen Kann ich die Augen anziehen? Nö Der ordentliche Nö, irgendwie nicht Doof Die nicht, das ist auch doof Ich auch nicht davon brauche ich auch nur eins, die will ich gar nicht haben, so, den Sattel kann man auch irgendwie nicht benutzen, Inventar leeren, ach ja, so, schön, die Sonne geht auf, wo ist die, da, oder? Ja, okay, ich gehe zurück. Hast du noch genug zu futtern? Äh, warte, ich brauche jetzt selber was zu futtern, äh, ja, habe ich, okay, ich tue noch ein bisschen was hier, was hast denn da alles hingeschmissen, also du brauchst nichts zu futtern, was hast du hier gemacht, du hast alles daneben geschmissen, ja, ich habe gedacht, brauchst du noch was zu futtern, Schatzi, alles für mich, okay, mit, aufnehmen, 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 what hab ich jetzt alles, was hab ich doch gerade alles weggeworfen, wieso liegt das jetzt hier, ich werde bescheuert, hä, ich hab das doch da drüben weggeschmissen, wieso ist das da drin, was, ein riesen Katerhaufen, äh, verstehe ich nicht, eins, zwei, und zwei, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, so, jetzt liegt's hier, hier? Ich hab doch hier hingeschmissen. Wie kommst du da hinten hin? So. Hier ist noch ein bisschen Holz. Und ich brauch mehr Beeren. Ah ne, das muss ich da hin tun. Wieso hab ich 17 verdorbenes Fleisch? Äh, das kann ich ja nicht erklären, Schatz. Mach doch mal auf das Ding hier. Nicht abreißen. Äh, irgendwie ist das doof. Ah. Also, wenn was sein sollte, ich bin... Wo ist der Ausgang? Ich find die Tür nicht da. Wo ist der Ausgang? Stehst du vor, Ausgang? Wo ist Ausgang? Wo ist der Ausgang? Brauchen wir Beeren. Scheiße, manchmal deine Logik ist die beste. Äh, Joghurt? Ich hab wenigstens ne Logik. Denkst du ich ne hab mich netter, oder was? Die Schläge, oder was? Du hast eine reine Männerlogik. Okay, das klärt er alles. Also, ich brauche jetzt Stoff. Was? Was ist denn, du? Ficken, saufen und schlafen im Kopf. Genau. Das ist ein Männerlogik. Du benutzt mich. Ich werde immer benutzt. So, du magst immer so. Hast du mir gesagt. Ja, stimmt. Stimmt. Ich weiß aber nicht, ob ich's mag oder mag und soll oder darf oder möchte. Aber irgendwie mag ich's schon. Aber hier ist ja ohne Spaß. Wir sind, ich manchmal denke, wir sind echt durch. Durch und durch bescheuert auf jeden Fall. So, ich geh jetzt gleich mal auf Tauchstation. Und ich gleich werde ich fertig mit den Häuschen. Ich glaube, ich hab Energie. Ich bringe erst das Zeug weg und dann geh ich mal tauchen. Ich geh Fische fangen. Ich geh für uns Fische fangen. Genau. Ich bin aber unsere Taucherin hier. 1, 2, 3. Falsche Richtung. Das sind die Leicht. La, 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 la. Ich werde gleich baden gehen. Baden gehen. Ich werde mich frisch machen. Hier, mein Schatzi. Ich tue hier noch was in die Kiste rein. So Zeugs und so. Wenn da ist, da ist was zu essen drin. Noch ein Steinchen. 21 Beeren. Okay, dann machen wir jetzt. Mach doch nicht immer die Tür zu. Lass sie doch auf. Es stinkt sowieso hier drin. Muss gelüftet werden. So, falsch. Jetzt. Jetzt, unser Zuhause ist fertig. Alles herstellen. So. Jetzt muss ich gut schauen. Ob haben wir das, was ich jetzt brauche? Ob kann, ne. Sag so, ob ich kann jetzt das. Herstellen das, was ich brauche? Nein, kann ich nicht. Welche Level brauche ich? Kannst du nicht. Weil ich wollte jetzt einen Schrank erstellen. Mach doch nicht dahin. Oh, brauche ich noch ein bisschen. Welche Level bin ich überhaupt? Keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich, was ich nicht mache, Schatzi. Was machst du? Was ganz Tolles. Zeig's mir, zeig's mir. Komm, zeig's mir. Bitte, zeig's mir. Lieber nicht. Das nicht. Komm, ich schulde über die Schulter. Ich sehe gar nichts, wenn ich dir über die Schulter schaue. Warum nicht? Mann. Das ist nicht für deine Nerven. Äh, was? Fleischfresser. Ein Tier. Fleischfresser. Ich will den nicht. Ich will fischen. Tschüss. Oh, das ist ein Hai. Mal gucken, wann ich ein Hai killen kann. Oder der Kai mich killt. Haben wir jetzt schon Betten, mein Schatzi? Ja. Okay. Alter. Kommt der Hai jetzt zu mir. Ich brauche ein K. Der Hai kommt zu mir. Was brauchst du? Okay. Wett. Ah, die kann echt lange tauchen. Voll geil. Finde ich gut? Was ist der Hai jetzt? Da weggeschmissen. Äh, Brillen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Äh, Brillen. Brillen. Okay. Lieber Hai, welches Level bist denn du? Komm mal her. Komm. Äh, ich würde der Hai weggehen, Schatzi. Sonst der beißt dich. Ham, ham, ham. Und bist du weg. Er kommt. 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 Er kommt nicht weiter. Er bleibt stehen. Weil er nicht weiter kommt. Hahaha. Komm weiter. Kannst du nicht weiter raufschwimmen. Ins Trockene. Jetzt hat er Angst. Traut sich nicht. Nämlich zwei. So. Er dreht ab. Los. In den Arsch schießen. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Oh. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Mhm. I kill the Hai. I kill the Hai. Los. I'm killing the Hai. Los. Komm hier. Ich habe keine Ausdauer. Du bist so erschöpft. Ruhe dich aus. Okay. Ich muss mehr Ausdauer. Ich muss nach oben. Ich tricke gleich. Komm schon. Komm schon. Du schaffst das. Du schaffst das. Huh. Ja. Auf jeden Fall muss ich noch ein bisschen Ausdauerskillen. Sonst geht das nicht. Ich brauche also ein bisschen HP Ausdauer. Das ist nicht. Was ist das? Luft. Was habe ich denn jetzt da? Okay. 240 Sauerstoffgesundheit. 120. Und die Ausdauer. Ausdauer. Herstellungsgeschwindigkeit. Brauche ich nicht. Ist mir scheißegal. Nahkampfschaden. Wäre auch nicht schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit. Scheiß Ausdauer. Was? Ah. 100. Ne. Ich muss ein bisschen Ausdauerskillen. Wie sich richtig abtauchen kann. Es dauert noch ein bisschen was. Wie ich jagen kann. Gibt es ja eigentlich Harpunen, die man bauen kann. Das wäre auch geil. Eine Harpune oder so. Hä? Gibt es nur jetzt drei? Ah. Oh scheiße. Nicht die Fackel. Fischi ist. Da ist ein Delfin. Ein Delfin. Da sind mehr Delfine. Da ist ein Fisch. Stein. Stein. Okay. Ach, Holz auch. Gut. Also. Ich habe einen Fisch gefangen. Yeah. Nur vier. Leider. Was ist denn los? Lässt ihr denn jetzt los? Nicht die Steine sammeln. Wir sollten den Fisch loslassen. Körper. Körper loslassen. So. Fein. Was bist du? So. Oh, sieben roher Fisch. Es gibt Fisch heute Abend, mein Schatzi. Gott sei Dank. Mhm. Ich sammle noch ein paar Steine. Ich bringe dir ein paar Steine. Oh, der ist auch geil. Den will ich auch haben. Aber nicht so geil wie ich, glaube ich, oder? Schatzi. Die quietschen immer so geil. Quietsch. 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 Juhu. Wie sieht's bei dir aus? Du brauchst eine Wasserleitung. Mhm. Oh, cool. Nur, ich habe ein Problem. Ja? Die ist zu tief. Ich habe schon gesehen. Nein, 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 nein. Ich will höher machen. Dann brauche ich Level 15. Soll ich jetzt immer hier rankriechen und trinken, oder was? Ja. Nein, nein. Dann muss ich mich überlegen, wie, was kann ich noch bauen? Weil ich wollte jetzt theoretische Leitung machen, aber für so schräge Leitung zu machen, dann brauchen wir Level 15. Das ist scheiße. Finde ich ein bisschen. Wenn man mal dich aus dem Auge lässt, also ehrlich, ey. Ich bin doch fleißig. Ja, aber du kannst ruhig fleißig sein, aber du musst auch Ergebnisse zeigen. So. Ich mache jetzt was zu essen. Okay. Dann erweite ich unser Häuschen weiter, gell? Mhm. Wo ist das? Tisch? Ich habe kein Holz. Naja. Weil ich brauche jetzt sehr, sehr viel Holz, Schatzi. Ja, ich weiß, dass du sehr viel Holz brauchst. Und du brauchst nochmal sehr viel Holz vor den Hütten. Ah, guck mal, ich kann wieder... Warte, 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 was wollte ich machen? Äh, Ausdauer. 110. Ich brauche nichts zum Bauen. Äh, oder, oder? Kann ich hier was machen, was ich brauche? Schießpulver. Leuchtpistole. Nicht gelernt. Nicht gelernt, nicht gelernt, nicht gelernt. Ja, wieso ein... Kompass. Ah, das will ich machen. Das ist geil. Ein Fernrohr. Wir müssen einen Ofen bauen. Den Ofen. Ofen? Was brauche ich? Gibt es einen Ofen? Ja, natürlich kannst du einen Ofen bauen. Natürlich. Du kannst doch dann Metall schmieden und so. Ah, da ist ein Ofen. Ja, 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 ja. Natürlich. Kann ich dir überhaupt erstellen. Aber ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, was man dafür braucht, für ein Fernglas. Warte, 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 warte. Fernglas? Momentan nicht, gell? Äh, Kristalle. Zwei, die sind irgendwo oben in den Bergen. Ja, das kann was dauern, bis wir die finden. Oder wir haben Glück und finden das irgendwo in so einem... Nee, gar nicht wahr. Das gibt es gar nicht. Ah, für Ofen brauchen wir Level 20. Aha. Welches Level sind wir jetzt? Ich bin gerade 12. Ich bin Level 11. Jugilia. Ein geiler Name, oder? Jugilia. 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 Du wirst doch mal meinen Namen aussprechen können. Hallo? Ich weiß nicht, irgendwie muss ich mal Steine sammeln. Nee, Steine muss... Ich sammle. Wieso musst du Steine sammeln? Sammle Holz? Ich brauche jetzt... Irgendwas zwingt mich dazu, Steine zu sammeln. Ich muss... Ich habe eine Zwangsleurose. Ich brauche Steine. 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 Okay. Warte, ich tue das in die Kiste hier. Äh... Puh... Es gibt immer sehr viele Fasern, ne? Holz... Steine... Dester... Ich glaube, ich brauche noch eine Kiste, ne? Ich brauche noch eine Kiste. Was brauche ich dafür? Lala... 25 Holz, Stroh, Fasern... Holz? Ne, Steine brauche ich nicht. Ne, Holz und Lassern, oder? Anke. Kriegt er wieder. Den Rest tue ich wieder rein. Was ist das? Holz, Stroh. Ich habe zu wenig Stroh, oder? Das brauche ich nicht. Ja, ich habe zu wenig Stroh. Das mache ich hier rein. So viel Stroh gibt es. Juhu! Brauche ich noch Stroh, oder? Passt schon. Na ja, Stroh passt schon. Oh, Schatzi. Ich glaube, wir müssen hier mal was beenden. Eine Folge. Oh, ah, ist schon so weit es? Ja, ist schon lange und so weit. Wir haben überzogen. Also, liebe Leute von heute. Ja, wir sagen jetzt mal Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao. Mit Julina und Saxpaks. Ciao. Ciao.